Und jetzt muss ich eben was bearbeiten, nicht dass ihr euch wundert. Der hat nicht viel, ich weiß. Seht nachher noch. So. Ich hoffe ihr seht das vernünftig. Das Bild ist sehr dunkel, da sehe ich gerade. Ich werde es heller machen. Wenn es geht. Es ist eine Pri-Alpha, also nicht wundern, dass es vielleicht etwas ruckelt. Das Spiel heißt... Schadwen heißt das Spiel. Lenkung ist ganz einfach wie WASD. Das ist wieder eine Pri-Alpha-Version. Kann ich euch wieder zeigen. Das ist nur DEMO nur. Ja. Aber das ist die allgemeine Lenkung von dem Spiel. Ich hoffe ihr könnt das alles sehen. Ich weiß es nicht. Ja doch, könnt ihr es sehen. Gut. Und auch nicht zu sehr, zu sehr... Ich habe es in kleinen Fluss gemacht. Die Grafik ist eigentlich sehr gut von dem Spiel. Also nicht wundern. Ein bisschen. Warte. Okay. Hier ergibt man was. Oh, wie kann ich es sehen hier. D-A-S-T. Base is vegan. Stop. Rope. Das ist für den Seilen glaube ich. Äh. Red Rope. Real Rope. T-U-N. Det-T-igu. Det-ech. Det-eyes. Left ... recycled translate. oh, ja, die konnte auch öfter Ониgeben aussehen. Oh, jetzt schweifert spielen sie ich gerade. Open Pausemenü. Difficult Level. Selectmenü. Car. Open Inventory. Versuche ich einen guten Level. Car. Ok. Versuchen. Ah, ok. Das ist feindliche Sichtbarkeit für Kinder? Feindliche Sichtbarkeit für Kinder? Feindliche Sichtbarkeit. Ah, ok. Automatisch. Specifical. Ja. 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 Je kommt wieder zu Hause. Ja. 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 da ist das das kann wieder rausgehen auch ein Spiel, das ich noch nie gespielt habe das erste Mal heute spiele und das erste Mal auch gesehen habe also nicht wundern kann ich also nicht nehmen so gehen wir weiter ich weiß nicht was hier kann schlagen ein Schalter keine Gegner ah er wird angezeigt wenn man es nehmen kann jetzt da ok Messer ok gut dann gehen wir weiter es ruckelt ein bisschen ich gerade von der Grafik ok jetzt sie ich schon erweitert habe aber ok kann man kurz schlagen jetzt ist eine ganz frühe Alpha da ist ein Gegner da hinten ich ja sterben also wenn es Probleme gibt mit dem Spiel hier oder sowas geht nicht an mir ich ziehe daran dass das wirklich zu treffert und alert give over ein Treffer Zeit zurück gespoold ich kann ok weg 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 10 ist wahrscheinlich mein Spiel. 1. 2. Okay. 1. 6. 2. 6. 6. 6. 7. 7. 11. 12. 12. 14. 11. 14. 15. 15. Schleichen Erf, erbackt Wollenspiel Wollenspiel, aber hab ich schon gesehen, das ist Der 7-Torren Mist, also ok, dann machen wir mal zurückspulen Wie kann ich an dem vorbei und das mich sehen Ich bin laut anscheinend Ich hab's schon gesehen, da bin ich nicht gesehen Ok, echt Ich hab's vieles anzuspielen, obwohl es vielleicht auch anzuspielen Ich bin doch nicht Rauch war mit Ach genau, Rauch Da treten wir Ach, da muss ich aufpassen, die Maschle berührt ist mir, hab ich gehört Oder genau hier rüber, der Arsch Ich hab's nicht 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 Mist, 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 ich bin alle mal so untergeguckt, ne, was geht das Spiel denn, wenn das, dann da gehen, was bin ich, ne, was bin ich, ne, 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 ne Juuuut. Ich hoffe, das ruckelt nicht bei euch zu sehr. Also das Spiel ruckelt an sich bei mir sowieso schon. Ich lege nicht an der Vertragung gerade. Ich lege daran, dass das Spiel ruckelt, weil es... Ich meine, ich... Wer hat mich gesehen? Wer hat mich gesehen? Was den töten? Das gibt's nicht. Ich hab einen getötet gerade, ne? Ich kann auch töten. Wie kann der mich sehen, frage ich mich. Hm. Ich ruckelt jetzt nicht mehr. Tiefen. Eee. Eee. Hallo, Bello. Ich werde den töten. Sonst komm ich doch nicht durch. Na, Bello. So. 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 Wer hat mich jetzt schon wieder... Ich kann mich doch nicht sehen. Das geht doch gar nicht. Wie kann der... Hm. Ah. Wieso? Darf ich kein Alarm schlagen oder so krass sein? Ich bin halt hier gerade hoch. Da kann man mich nicht sehen. Nicht, äh... Krautschen, sondern laufend. Hat. Hat. Ich hab mich jetzt wieder. Äh, hä, 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 hä. Wieso? Wer hat denn da hin? Wer hat denn das mal gesehen? Nein, 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 alles noch okay, ne? Dann direkt da runter gehen Okay, schwierig Oh nein, das Problem ist der Hand, wie der Verstappen am Anfang gar nicht keiner sehen, glaub ich, ne? Das heißt, ich müsste so vorbeigehen, ohne einen zu töten Das heißt, ich darf keinen töten, das ist natürlich eine sehr schöne Sache Was ist die Lippin? Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. Someone there? Leave it to me. I don't know. I don't buy yourself. Leave it to me. I don't know. 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 It's a big deal. It's a big deal. Ah Mann, das ist schwierig. Ah Mann, das ist schwierig. Ah Mann, das ist schwierig. Ah, das ist schwierig. Ich weiß, der andere ist. Hat der Arm geschlagen. Schöss. Ja Augenblick, finde ich schon da 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 Wie gesagt, das ist eine Pre-Alpha-Version Ich werde jetzt mal gucken, dass sie irgendwie noch hinkriegen, die Aufgabe Ja, ich weiß, wie du meinst Aufgabe man noch hinkriege irgendwie Weil der sucht mich ja, der doofer Arsch, ne Der andere hat mich halt schon Alarm geschlagen, das ist auch blöd Heißt, ich muss den einen der Alarm schlagen tut gleich Zuerst noch keinen Alarm schlagen Vorher töten Da muss ich auffassen, dass der mich wieder nicht sieht Ach, da kann ich gar nicht zurückspulen Der Typ dahinten, den muss ich töten Nein Das war doch was hier Das war doch was hier Das sieht mich ja trotzdem ganz anders hin tragen Was ist das denn tragen? äh 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 wieder zurückspule soo und dann wird es klappen eigentlich Geh wieder zurück Leiner Ich muss die VLN Synchronität weg machen, das rückt nicht mehr zu sehr Das ist weg Ich muss den nächsten Was ist das denn? Oh Äh 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 okay mhm Open Inventory Open Quarantäner mit E okay Scheiße ey Ich will keinen Krach machen Boah da Jetzt der Nächste schon Ist das Spiel hier runtergelaufen? Das Spiel ist schwer und vor allen Dingen sind da noch viele Bugs drin Ich kann nicht ähm Ich bin noch einer der aufpassen wird Ö Ö tch Schon tch Dreh dich nicht um Tch 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 Ich glaube schon wieder einer Zeit Ich glaube schon wieder Ich habe nicht gesehen Ich habe andere mann 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 schwergebot ich weiß so leuchten das wurde noch gemacht ist die hersteller hier frage und daran dass es schwierig und so viele rumlaufen ist mehr charaktere wenn ich nicht schlecht das spiel an sich ist nicht schlecht bestimmt wenn ich ist aber so mit dem leben jetzt gerade wo die nix war nix sehen tun wir alles noch gelb das schwierig ich bin ich bin und ich dachte Das war's schon, ey. Hm. Bitte den hier mal killen. Ach so. Kann nicht laut werden, da hab ich nicht. Das ist das Problem. Ich kann mir vorstellen, wenn man das Spiel spielt, mit Kopfhörer-Ausschützung, mit Headset-Ausschützung. Aber etwas leichter ist, wenn die zu schnell reagieren. Dass man dann, wenn das Spiel extrem ruhig sein muss, ganz weise sein muss. Und dann muss die retten, also töten in irgendeiner Art und Weise. Dass das bestimmt... ...interessant werden könnte. Zwar schwer, aber interessant. Ah, gucken. Ist tot. Hä? Hallo? F. Ja, aber Friede, wohin gehörst? Der Film will nicht noch mal wieder. Ichihi. Und wenn mein Geheimnis war. Hier seht ihr keine Sau. Klippen oder so? Sachen klauen. Okay, dann nicht. Auf zunächst Kill. Ist der auch schon aufmerksam da? Scheiße. Weiß nicht mehr. Da ist einer, da ist einer. Aber was ist das Ziel dieses Spiels? Viele Menschen zu töten? Oder eine schuldige Eck zu erreichen? Das ist die Frage. Aber es scheint mir so, als wenn sich irgendeine Autostelle erreichen müsste. Um weiterzukommen. Da war einer. Aber Frage ist wie, ne? Ich guck grad hier rüber, ne? Ich guck grad hier rüber, ne? Jetzt geht's nicht auf Zeit mit dem Spiel. Das ist das Urteil. Ach, jetzt geht's... Jetzt geht's schon auf Zeit, klar. Aber... Aber... Da drehe ich um. und dann ich habe es mal genauer steht ich habe jetzt ein bisschen Übung das heißt Übung nicht, aber ich kann es das sind gespielt wird er in synchronisierte einzig ausnehmen Noch langsamer. 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 rooftop. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020